Wir halten die Oberen an den Augen, der Oberen Nivex aus dem Hälsdorf, aus Ost, aus dem Flach. Wir haben noch ein bisschen, wir werden jetzt keine Ränder gehen als Nacht. Wir werden dann auch die Ränder wieder ausschalten, wenn wir so fahren. Einreifenkontakt, oh, der fährt mal, Gang raus, das ist alles, aber kommt es. Frank Dopsch aus Adelsdorf, oh, knapp, aber gerettet. Der Diesel war aus, wir mussten Altöl fahren. So darf man nicht, kurz guck ich, sehr gut, und weiter. Ja, da gibt es ja schrecklich rein, aber guck hier es. Rampe, Pippe, gemeistert. Der Helm ist poliert mit Elsterklang. Das hat er nicht selber gemacht, seine Leute haben das übernommen. Abbestimmte T-Shirt, gute Kurvenlage, der verschenkt nichts. Rampe, sehr gut. Die T-Shirt sind die Aus-Aber-Logbenkrotter, sie verkauft. Der ist natürlich nicht so. Der ist alles glaube, dass. Der ist so. Der ist so. Der ist alles. Also wie man sieht, jeder hat eine Meule, jeder hat ein Fahrwerk, das ist identisch, aber, und das hört man ganz klar, die Motoren sind nicht mehr auf dem Nord. So, Abteilung, halt! Vier, Drei, Zwo, Eins, und Feuerballerne! Und jetzt alle einatmen! So, Abteilung! So, Abteilung! So, Abteilung! So, Abteilung! So, Abteilung! So, Abteilung! Untertitelung des ZDF, 2020